Musik Die Zuf frysten Herausforderung Ja, so den ha fossiliert, oh nein, jetzt wo? Donnecke ist perfekt Heiß, aber geil Jamil Jitten. Nächste Wiener geht es zu der Wolfske Tuka. Festival. Totna. Sehr schön, sehr bunt, sehr heiß. Alegria! Liebe Freundinnen. Dear Friends. Morgen e.V., soweit ich weiß, fing an damit, dass Eltern, die Migrationsbiographie haben oder migrantisiert sind, Diskriminierungserfahrungen nicht mehr hinnehmen wollten. Einfach als Zeichen, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind und auch eine vielfältige Gesellschaft wollen. Andererseits aber auch für jeden Einzelnen, wie schon gesagt, damit man einfach über den Tellerrand hinaus seine Augen öffnet und einfach alles mal erkennt und wahrnimmt. Für mich ist das Empowerment pur und auch diese Vielfalt, also das Feiern von Vielfalt. Es ist schön, dass auch viele Nationalitäten da sind und wir uns sehr froh, dass wir alle zusammen tanzen. Das ist so selten in München, dass ein Fest so international bestückt ist. Man kann zum Beispiel Essen probieren aus allen möglichen Ländern der Welt. Die Stimmung ist auch sehr gut hier. Die Menschen sind hier. Die wollen ihre Kultur hier in der Stadt, wo wir leben, gemeinsam auch erleben und das auch zeigen. Und das ist so sehr schön. Das heißt, wir haben einfach eine gute Möglichkeit uns vorzustellen. Das heißt, wenn wir uns um den Horizonten nachatal literalen!!" Ergärmme canbazle Nijanda cangerman Madar bergem Uluk melhem dava Dava deymat Saman kaynaydı Dostun sama sal Salah taht an mir Sya ibrun Eine Stadt, die so bunt, so vielfältig ist Und doch, man sieht oft nicht, wie bunt und wie vielfältig es braucht Solche Events wie das Kulturfestival vom Morgen e.V. damit es noch sichtbarer wird Ich fühle es in diesem Festivale Ich denke, das ist der Weg, dass ihr alle zusammenbringen Wir wissen, dass wir alle zusammen sind Es gibt keine Unterschiede hier Wir müssen zusammenfassen und zusammenfassen Ja, das ist mein Herz 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 Untertitelung des ZDF, 2020